Ich begleite einen lieben Freund ins Krankenhaus. Die Diagnose ist ernst. Ich nehme im Wartebereich Platz, während er das erste Gespräch hat. Viele junge Ärztinnen und Ärzte gehen an mir vorbei, die sehen aus wie aus dem Fernsehen. Die typischen weißen Kittel, ein Coffee to go und ganz emsig unterwegs. Wahrscheinlich ist es für sie eine gute Zeit. Vielleicht die erste Stelle nach dem Studium und dann in so einer guten Uniklinik. Neben mir warten andere Menschen. Manche sehen traurig aus, andere gucken leer und manchen sieht man eine Krankheit sehr deutlich an. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie kann das gehen? Das muss mehr sein als nur so ein kurzes Video, als ein frommer Kalenderspruch oder eine Grußkarte. Das gilt es zu erleben, das gilt es herauszufinden. Ganz nah bei Gott, mit dem eigenen Leben, mit den eigenen Sorgen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.